Hallo, mein Name ist Gregor und das hier sind die Eintrittskarten für mein Labelfestival, welches am 29. und 30. November im C-Club in Berlin stattfindet. Ich bin ziemlich aufgeregt deswegen, weil ich feiere den 15. Geburtstag und 15 Jahre ist eine lange Zeit. Ich habe ungefähr 130 Veröffentlichungen und durfte mit 50 Bands zusammenarbeiten. Da ist natürlich viel angefallen, viel Schönes, viele Erlebnisse. Eigentlich hatte ich auch das große Glück, viele Leute kennenzulernen, die mir geholfen haben, dass das überhaupt alles so stattfinden konnte, wie es stattfindet. Genau aus diesem Grund feiere ich eben diesen Geburtstag und ich würde mich total freuen, wenn ihr alle vorbeikommen würdet und auch die, die mich noch nicht kennen und die vielleicht die eine oder andere Band von mir gehört haben und das gut fanden oder die eine oder andere Platte einfach zu Hause haben und die mit Freunden teilen konnten. Für mich ist es ein großer Tag und ich möchte den einfach auch mit euch zusammen verbringen. Kommt vorbei, ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen. Now for the pain, for the wreckage, in the sink Now for the pain, for the wreckage, in the sink Now, now, now Now, now, now Now for the pain, for the wreckage, in the sink Now for the pain, for the wreckage, in the sink Now for the pain, for the wreckage, in the sink Now